Liebe Genossinnen und Genossen, schön, dass ihr euch gemeldet habt, um für unsere Partei Werbung mit Telefonanrufen zu machen. Wir legen gleich los. Solltet ihr Fragen haben, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Also, los! Grüße, Herr Kreichi. Habt ihr mich schon entschieden, werdet ihr wählen? Im Namen der SP Schweiz wählt ich euch ein... Hallo? Hört ihr nicht noch? Abhängig. Ja, das habe ich gegeben. Das macht einem nur bestärkend. Grüezi, mein Name ist Angela Breitermoser Schifferli. Ich rufe Ihnen an, im Namen der SP, also genauer von der SP Frauen, einsiedeln. Sind Sie sich schon im Klaren, was Sie wählen? Nein, nicht Bundesrat, sondern Nationalrat. Nationalrätinnen und Ständirätinnen, ja. Wo wohnen Sie? Le Paquier. Wo ist das genau? Le Paquier, das ist in meinem Kanton, Fribuch. Wählen Sie mich. Ich bin der Chef. Oder Frauen. Ja, die Frauen hat es dir ganz sicher auch auf dieser Liste. Im Namen der sozialdemokratischen Partei der Schweiz, würde ich euch gerne mal... ...abtränkt. Ja, auch einen schlechten Moment verwünscht. Das gehört dazu. Entschuldigung, ich bin ein bisschen zu spät, aber ich musste zu Hause noch das Telefon abmontieren. Ah, Genosse Löwra freut mich, liniger Jakob. Ich war früher lange für das Move im Gewerkschaftskartell und jetzt bin ich Obmann der SP Senioren Unterland. Wo muss ich jetzt anrufen und wem... Grüß dich, Genosse Jakob. Wir brauchen dein altes Telefon nicht. Wir haben moderne Apparate. Also ehrlich, mir wurde versichert, dass wir bei diesem Telefonwahlkampf-Kollektiv eine Frauenquote haben von 50%. Genosse Löwra. Ach, da muss ich dir recht geben, Angrier. Wir SP-Grossen haben mental immer noch viel zu viel männliche Strukturen. So, an die Arbeit. Alle hopp. Sowohl Sozialdemokratinnen wie auch Sozialdemokraten müssen gemeinsam gegen die bürgerliche Dominanz ankämpfen. Und unsere Waffe ist das Telefon. Die Vorwahlnummer von Zürich ist 01, oder? Ah, wir sind bei der CVP. Nein, das akzeptiere ich. Das gehört zum politischen Prozess. Aber hätte ich schon mal daran gedacht, zu den SP zu wechseln? Nicht, oder? Ich dachte. Fast an die Kloppe. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum lichtigen Blut. Was habe ich gesagt? Wir sind nur von Brüdern. Und was sind die Schwestern? Nein, ich meine nicht Sie. Nein, nein, das ist kein Verkaufsgespräch. Ich will Sie nur beraten. Nein, begreifen Sie es doch. Es ist kein Hotline. Nein, ich kann Ihnen nicht helfen am Billettautomaten. Nein, ich habe auch deutlich gesagt SP und nicht S-Bahn. Da ist weniger Jakob. Sie, eine Frage. Haben Sie die Aktion mit den Rollschenkinen? Ja, aber im Kopf haben Sie doch nicht... So geht das nicht. Das ist unprofessionell. Wir müssen den SP-Wahlkampf aussuchsamen. Wir beauftragen die Juso. Sie sollen von Tür zu Tür gehen und die Leute einschüchtern. Mitmarschieren! Solidarisieren! Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF